Mein Name ist Ferdinand Grübe. Wir sind hier mitten in Franken. Wir sitzen hier in meinem Wohnmobil. Auf meiner Couch. Wir leben komplett frei. Wenn uns irgendwo es nicht gefällt, packen wir und fahrts immer. Das Schönste ist das Fahren. Wenn ich bei diesem Auto aufs Gas drücke, dann geht die Post ab. Das ist, als würde jetzt eine Last von dir fallen und du fühlst dich frei. Für mich ist wichtig, dass ich eine Versicherung habe, die schon lange auf dem Markt ist und für mich da ist. Ich war in der Bank und da lernte ich die Frau Lichtlein von der R&V-Versicherung kennen. Seitdem habe ich keine Sorgen mehr. Die kennt sich aus, von vorne bis hinten, von rauf bis runter. Der Schutzbrief von der R&V deckt ja alles ab. Selbst das Bergen, das Abschleppen in die nächste Werkstatt. Ersatzteile, wenn es sein muss, werden die sogar noch eingeflogen. Preis-leistungsmäßig ist es ja nicht zu top. Ich habe sie ja schon zweimal, dreimal gebraucht und es hat 1A geklappt. Sagenhaft. Die R&V-Versicherung als Genossenschaft passt absolut zu unserem Klopp. Man versteht sich und man hilft sich. Ein Anruf und die Geschichte ist erledigt. Du bist nicht allein. Das kann ich bestätigen. Da kann ich mich voll drauf lassen. Das hat man nicht oft. Das ist eine Spieler schlägt. Wenn wir uns Kleinsshaus gegen taps 십